Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Gestern ist ein COD-Intel gedroppt, kann man so sagen, über die Twitter-Seite von Call of Duty, von Sledgehammer Games, auf der TikTok-Seite, überall kann man das finden und ihr seht das hier so halt im Hintergrund laufen. Und da haben sie so knapp über zwei Minuten die Karten gezeigt, die wir jetzt in MW3 bekommen. Es heißt ja offiziell MW3, ist ja ein MW3-Remake, obwohl wir halt am Anfang ausschließlich MW2-Karten bekommen. Ist halt ein bisschen komisch, aber ist eben so. Und da haben sie gezeigt, wie diese Karten jetzt sozusagen überarbeitet aussehen und auch einen ganz, ganz kleinen Teil vom Movement, was man haben wird. Und da, obwohl es nur zwei Minuten sind, sieht man einiges. Und dazu kamen eben ein paar Infos, die man alle in einem flüssigen, kompletten Gameplay am 5. Oktober beim Call of Duty Next Event sehen kann, wo sich übrigens unsere Freundin Nadja beschwert hat, die, glaube ich, nur noch Pool-Videos und Pool-Streams macht und Bikini-Streams und Titten-Streams, dass sie nicht eingeladen wurde. Tja, liebe Nadja, warum bloß? Auf jeden Fall, wir werden zum Release von MW3 16 Karten bekommen. 16 Karten ist bereits bestätigt. Und diese 16 Karten werden alles originale MW2-Karten sein. Das heißt, Query, Rust, Favela, Terminal, High-Rise, all diese Klassiker, die von allen, die hier zugucken, wahrscheinlich 70% noch nie gespielt haben oder gesehen haben, werden alle überarbeitet kommen, beim Release schon da sein. 16 Stück ist eine gute Zahl. Aber eben bis zur ersten Season, wo dann drei nagelneue Karten dazukommen, also nicht Remake-Karten, sondern nagelneue Karten, werden das auch die ersten einzigen Karten bleiben. Das heißt, von Anfang an vier Ground-Roar-Maps, die haben es am Anfang und dann pro Season soll eine dazukommen. Mal gucken, ob sie das durchhalten. 16 6 gegen 6 Maps, wo es Map-Voting geben wird, wo wir Totenstille haben werden, wo wir tatsächlich auch rote Punkte auf dem Radar haben werden. Das heißt, all das ist im Gegensatz zu dem, was wir dieses Jahr hatten und vorletztes Jahr und davor das Jahr, eine Weltneuheit. Im Gegensatz zu dem, was wir die Jahre davor hatten, aber genau das, was wir immer hatten. Und im Prinzip ist es so, dass wir MW3 auf derselben Plattformschiene wie MW2 bekommen. Es wird dieselbe Engine sein, es wird dieselbe Grafik sein. Die Waffen aus MW2 werden in MW3 sein. Wir kriegen aber ein komplett anderes Movement, was Sledgehammer Games mit durchaus süffisanten Text auch bestätigt hat. Irgendjemand sagte, oh mein Gott, das Movement sieht richtig flüssig aus. Das ist auch so. In diesen 2-Minuten-Teaser, was wir kriegen. Und Sledgehammer sagte, es fühlt sich noch flüssiger an, als es nur aussieht. Das heißt, die sind da sehr stolz drauf. Ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht von diesen Lappen bei Infinity Ward, die der Auffassung waren, es sei eine gute Idee, ein Game zu machen, was dermaßen auf die Bedürfnisse von Rentnern ausgeschnitten ist. Langsam, klobig, grässlich einfach. Dass man durchaus abwarten sollte, ob da eventuell nicht noch die ein oder andere Backpfeife von Sledgehammer dazukommt. Ich habe zumindest, und das ist das Wichtigste, was man aus diesem Teaser rausnehmen kann, einen Grundfunken von Hoffnung darin, dass wir Spaß haben können. Soweit sind wir schon. Wir freuen uns in einem Teaser, der kommt, über die Tatsache, dass wir über eine Wand springen und nicht wie so Bergaffen da drauf irgendwie hängen mit den Armen und dann so rüber gucken und dann noch 10 Sekunden Animation haben, um über diese Wand zu springen und dann weitermachen zu können. Das Ganze wird mit 150 Leben sein und beim Release werden wir von MB3 automatisch bereits all unseren Fortschritt an Waffen und Waffenleveln aus MB2 ebenfalls haben. Was bedeutet, theoretisch, und es wird auch praktisch so sein, wird es Leute am Anfang von MB3 geben, die in der allerersten Runde irgendwo in der Ecke sitzen, so sind COD-Spieler, und mit vollgemoddeten MB2-Waffen spielen. Dazu muss man sagen, der Damage-Output und der Schaden der Waffen aus MB2 ist ja auf MB2 ausgerichtet. Und MB2 hat 100 Leben. MB3 hat 150 Leben. Das heißt, normalerweise müssten sie den Schaden bei allen Waffen aus MB2, damit die, naja, kompieten können mit MB3-Waffen, erhöhen. Ich sehe irgendwie nicht, dass sie das einzeln für jede Waffe machen, sondern ich sehe eher sowas, dass die, ja keine Ahnung, 33% mehr Schaden pro Waffe in den Stats reinschreiben, sodass dann sozusagen diese 50 mehr Leben abgedeckt sind. Was aber halt so nicht funktioniert, weil einfach nur einer Waffe in Drittel mehr Schaden geben, bedeutet, dass Waffen mit extrem hoher Feuerrate viel zu stark werden und Waffen mit weniger schneller Feuerrate viel zu schwach sind und gar nicht gespielt werden können. Wie sie das genau lösen können, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ist mir auch egal. Ich möchte im neuen MB3 sowieso keine alten MB2-Waffen spielen. Die Tatsache aber, dass wir 16 Karten bekommen, die wir alle lieben, ist mir lieber, weil ich weiß, was die Karten mir bieten, unabhängig vom Gameplay insgesamt, als 10 neue Karten und 6 Remake-Karten, wovon 3 Remake-Karten gut sind und die 10 neuen Karten sind wieder Dogshit. Und wenn man sich die MW 2,5, 2.5 V2 Remastered Reloaded Karten anguckt, bis auf 3, würde ich sagen, sind die scheiße. Denkt mal an Tarak, Leute. Niemand von uns will diese Karte wiederhaben. Wirklich niemand. Infinity Ward ist so ein schlechtes Studio einfach mittlerweile geworden. Was jetzt Tarak ist teilweise, ist in MW 19 damals Asia Cave und Piccadilly Circus gewesen. Karten, bei denen mir mein Essen, was ich heute zu mir genommen habe, irgendwo wieder rauskommt, weil sie als COD-Spieler einfach so schrecklich sind, zu spielen, drauf zu sein, Spawn-Punkte schrecklich und und und. Jetzt wissen wir natürlich noch nicht und das wissen wir wahrscheinlich frühestens beim COD Next Event, wie das Thema Spawn-Logik sein wird. Und auch das, das werden bestimmt viele gar nicht bedenken, ist eine der grundlegenden Dinge, die ein Game flüssig oder nicht flüssig machen. Wenn ich zusammen mit meinen Teammates auf einer Seite spawn und dadurch entsteht Flow, denn Teammates spawnen hier mit mir, Gegner spawnen hier mit mir und wir wissen, hier ist die B-Flagge, hier geht es um den Kampf sozusagen. Dann ist es ein logisches System, dem man folgen kann und umso besser man im Game wird, umso eher merkt man, dass man predikten kann, wo plötzlich Gegner auftauchen. Bei Infinity Ward ist die Spawn-Logik aber seit dem letzten MW19-Teil so. Ihr spawnt hier, euer Teammate spawnt da, da spawnt ein Gegner, jetzt spawnt ihr hier, der Teammate spawnt da und alle sind durcheinander und keiner weiß, was passiert. Das ist scheiße. Das ist schrecklich. Dazu bekommen wir in MW3, MW3, ich muss mich an den Namen gewöhnen, Westen, Handschuhe und, und, und. Da hat Bob, ich glaube, er heißt mittlerweile auf Twitter Bob, zwischendurch hat er sich da umbenannt, den Link habe ich schon mal reingeschickt, mal jetzt wieder, auch tatsächlich alles gezeigt, also alle Handschuhe, alle Ausrüstungsgegenstände, die es dazu gibt. Natürlich sind wir wieder an dem Punkt, wo Activision das tut, was sie seit Jahren am besten können, nämlich Marketing. Marketing, in dem sie aktuell, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ohne dass das jetzt direkt als Kritik angesehen werden sollte, ein Game, was niemals als Vollpreistitel kommen sollte und sondern nur ein DLC sein sollte, als Vollpreistitel anwerben, Dinge, die ungefragt von Infinity Ward und Activision im letzten Jahr schlecht gemacht worden sind, Movement, Minimap, Totenstille, Perks, Waffen und sowas, einfach alles auf 180 Grad drehen, also eigentlich eigene Fehler beheben und das Ganze als wir hören doch auf euch verkaufen. Das sollte man sich bei dem Ganzen bedenken und ich kann auch jeden verstehen, der es einfach gar nicht kauft und skippt und andere Games spielt. Ich werde schon als Creator einfach kaufen und spielen am Anfang und bin halt in der leisen Hoffnung, dass ich länger Spaß dran haben kann, als in MW 2, weil da habe ich ab dem Punkt, wo ich Orion hatte, das Game zur Seite gelegt und eigentlich nie wieder angefasst. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. 16 originale Maps, wir wissen was für Maps und ich bin sehr froh, endlich mit meinen 32 Jahren Favela nochmal spielen zu können. Freue mich gigantisch drüber.